Ganz schön auf den Keks. Auf den Keks gehen? Warum? Komm, 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 komm. Ja, natürlich. Hotke. COD und ein Kiffchen. Wow. Servus. Einen schönen guten Tag, Freunde. Newkey McTownowicz. Bam. Gucken wir mal, ob wir was reißen können. Haua. Ambe. Haua. Den nicht. Bam. So. Ja, wer ist er denn, ey? Boah, was ist mit euch los? Freunde, komm, steht ihr da? Ähm. Also so ist jetzt nicht gut. Was ist denn hier los? Haua. Wir kommen da. Haben wir. Ach, noch einer. Gar kein Problem für mich. Hm, 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 hm. So. Och, lassen sie... Wieso ist der da oben? Warum? Den gaue ich mir. Servus. Kleine Drecksau. Den fischen wir uns auch. Den auch. Den natürlich auch. Okay, okay, okay. Och, schade. Nono Lipos. Okay. Ja. Oh, oh. Aber die Semtex ist drin. Sehr gut. Ah, schade. Savage. Oh, Savage. Erneut. Sieg, guck, pass auf. Bam. Guck dir an her. Wieso spawnen die hier? Was soll das? Er saug einmal. Haben wir. Da sind sie. So. Pistole raus. Och, man. Ey. Nonole Boss schon wieder. Geh mir doch nicht auf den Sack. Kleiner Ampelmann. Gut. Boah. Boah, Alter. Belli, ey. Der war nie schlecht. Der ist da drin. Schade. Boah. In der Begiste. Schön. Ins Gesicht. Oh. Nicht mit mir. Noch einer. Aber ich dachte, das wäre mein Mate. Hä? So, komm. Kriegsmaschine ist drin. Jetzt aber. Och, Mann. Warum? Kommt der denn von da? Das ist doch Quatsch. Jetzt ist die Kiste wieder weg. So. Och. Nonole Boss. Also der geht mir wirklich ganz schön auf den Keks. Auf den Keks gehen. Warum? So, nämlich. Wieso? Komm, 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 komm. Ja, natürlich. Hotke. Kommt hier von oben, oder was? Sag mal, brennt's. Und hier, komm, da. Ampel. Och, schade. Einfach mal darüber rotzen. Triff doch mal. Wie, Mann. Aber wenigstens den Sieg geordert. Servus. 100 zu 90. Wahnsinn. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt einen schönen Tag. Tschüss.